So. Was haben wir hier? Schiefer. Kein Schilf, Schiefer, ja. Da helfen wir mal eben da oben. Ah. Ich komme gerade nicht hin. Ich komme nicht so schnell dahin. Hä? Alles klar, die sind schon down. Brauchen die schon unter Hilfe gar nicht mehr? Mir egal. Ich muss denen auch nicht helfen. Ah. Oh, das ist gerade auch. Bis wir nichts mehr haben und noch viel mehr. Mein Motto beim Sammeln. Gut. Das für Aderholz ist bald voll. Dann müssen wir bald wieder was produzieren. So. Einmal Mut. Oh nein. Oh nein. Mann, das ist leider auch gut. Nein 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 Alter Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich Leck mich am Arsch Was zur Hölle war das eng, Mann Schnell, 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 schnell Komm her, komm her, komm her Hier, noch ein bisschen Ah, das ist richtig, so ist gut Hm, alles gut Hast du super gemacht Boah, Alter, dass das jetzt an diesem einen Pfeil Äh, geglückt ist Das ganze Pfeil, boah Scheiß, die Wand an So, Mammutfell haben wir schon mal Das brauchten wir auch noch Zweihändige Keule Können wir mal herstellen Ja, dann herstellen Ja, so Auch nochmal herstellen Perfekt Jetzt haben wir hier ganz so viel Holz Das meckert da wieder gleich rum Kommen wir runter Ja, wir müssen noch ein paar Fuß laufen Ja, hier kommen wir auch runter Sehr schön Sehr schön, sehr schön Haben fast schon geschafft Oh, da oben Da oben müssen wir hin Da müssen wir hin Da müssen wir hin Da müssen wir hin Da müssen wir hin Aber vorher nehmen wir hier Schild mit So, jetzt kommen wir weiter Meine Fresse, haltet doch mal die Schnauze Easy Manchmal ist mir das Beide jetzt zu einfach Ich komm da hin Und dann kommen da nur so zwei Und dann ist gut Zwei Lena Willst du mich verraten? Fick dich So Das nimmt mich nur mit Alter, wir haben 60 Befüllung 60 Was? Alter, wo haben wir die ganzen Was? Alter, wir hatten noch gar noch 40 Etwas mehr als 40 Da bin ich Im falschen Film Hat man die 47? 48? Vielleicht 50? Aber doch keine 60 Das waren hier auch keine 10 Leute Alter, was? Nee Nee Ja Ja, ist gut Bereit Auf geht's Wir haben 770 Fuß vor uns Geht schnell Langsam müssten hier auch bald Wildkatzen auftauchen Wirst du mich verraschen oder was? Ich heile die Bestie einfach mal hier durch Was? Was ist denn man? Was zum Fick war das denn bitte? Alter, ich bin gerade im falschen Ich bin gerade im falschen Eieiei Eieieieiei Ne Wir müssen doch hier runterkommen Und zu sterben Na, guck mal, so geht das Das ist doch schon mal ganz gut. Nein, 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 noch will ich nicht sterben. Wir müssen eventuell hier rüber. Ja, wir müssen einfach mal rüberlatschen. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, wir haben keinen Druck. Ganz ruhig und chillig. Ich schiefe an mich gerne damit. Dankeschön. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Raubtieren. Und ich meinte jetzt eigentlich nicht so Füchse oder Füchse, Wölfe. Ich suche eher was Leises, was immer auf der Hut ist. Ich renne hier erstmal rum. Ich bin eigentlich nicht so Füchse oder Füchse oder Füchse oder Füchse. Füchse oder Füchse oder Füchse oder Füchse oder Füchse. Mein Gott, jetzt haben wir den Kriegerfall verloren. Den wollte ich eigentlich haben. Schade, nicht schnell genug reagiert. Nein, nein! Das ging easy. Den wollte ich eigentlich haben, mein Vogel, alles klar. Kannst du dir auch schnappen? Meiner ist schneller. Boah, der Kampf der Wildkatzen. Ein Fieser gegen ein Leelbart. Sehr schön, Wessinkel. Ja, da ist noch einer. Das geht nicht hier gerade ab, Alter. Jaguar ohne Ende. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr gut. Nächster, Alter. Das machst du einfach richtig. Alter, wie schnell ist der denn bitte? Gerade erlegt, ist der schon wieder da oben oder was? Wo ist er denn? Wo hast du den denn erlebt? Ich sehe die Leiche gar nicht. Ich wollte das fällen. Hä? WTF? Hä? WTF? WTF? Ist die Leiche eben verschwunden? WTF? 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 W affiliate�х! wieAH WTF? Mein Napalwaika, Walnayaka. Können wir den mal eben nehmen? Da ist mein Wildschwein. Ich hoffe wir das Holz noch sichern. Ich bin immer noch auf der Suche nach diesem Jaguar. Egal. Äh, da müssen wir hin. Da, 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 da. Alles klar. Das sieht gut aus. Aber mir reicht es langsam mit diesem Aderholz. Können wir sogar runter. Noch ein Jaguar. Jetzt noch ein Kampf. Jetzt eigentlich nicht so die Lust drauf. Wir sind ja fast hier. Da, dort. Das ist schon richtig, aber es passt ja. Nochmals. Ja komm. Ist bereits voll. Ja, das macht ja nix. Das macht überhaupt nix. Boah, ist hier Aderholz ohne Ende. Haben wir jetzt eigentlich, äh... Äh, immer noch zwei ist klar. Nordzähler, da ist es ja. Nordzähler brauche ich dringend. Nordzähler sieht aus wie Aderholz. Da gehe ich jetzt erstmal auf Sammeln. Wo ist. Wo sind wir mittlerweile? Ah, Nordzähler ist also in dem Bereich. Okay. Nordzähler, perfekt. Alles sammeln was geht. Alles sammeln was geht. Wir brauchen damit nämlich... Davon nämlich eine sehr große Menge. Stammeskonflikt töten. Udam-Krieger jagen Venja in der Nähe ihrer Hütten. Töte den Udam-Anführer und durchsuche seine Leiche. Bonus für heimliches Folgen. Stammeskonflikt töten. Da unten, alles klar. Schnappen wir uns trotzdem hier mal eben... Wo ist der Zeder hier? Nordzähler. Das war Aderholz. Den Stein hab ich noch gesehen. Den brauchen wir auch. Guck mich nicht so an. Brauche ich. Ich bin ein Sammelfreak. Ich mach dir da raus noch eine schöne Halskette. Ah. Nordzähler mal 4. Was? Alter, wieso bist du schon hier unten? Alter, es ist hier Laufen auf höchstem Niveau. Es ist Wahnsinn. Nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's, dafür hole ich mir meinen schwarzen Jaguar, der ist im Schleich ein Ass, ein Ass, und die Stärke ist auch nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, ich bin mir auch nicht sicher wer jetzt der Anführer davon ist, ich habe keine Ahnung warum man das erkennen möchte. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war der Anführer. So, ich würde mal sagen, das waren sie. Das war's, das war's, das war's. Oh, komm. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Oder Töter. Okay, das kann man beides machen. So, danke für deinen Einsatz. Ich hole aber trotzdem mein Zähnchen wieder. Gut. Das haben wir gemacht, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Nein, 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 absolut nein. Knochen. Machen wir einfach mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Boah, die zweihändige Keule ist richtig vorne. So, wir waren unterwegs. Höhenmission. Auf geht's zur Höhenmission. Was war das so bei der Mission, die wir jetzt gerade angefangen haben? Ah, jetzt ist der Anführer, der Angreifer. Ja, alles klar, dann machen wir das mal. Er ist ja ziemlich in der Nähe. Ah, da holzen wir einfach mal wieder mit. Alles klar. Schnell, 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 schnell. Ah, Mann. Wop. Böses, miesiges Kätzchen. So, wir haben auf jeden Fall jetzt die Mission hier auch fertig. Auch wenn einer draufgegangen ist. Ähm, das war aber Umwelt, der Umwelt geschuldet. Da konnte ich leider keine Einfluss drauf nehmen. No, wir machen uns auf den Weg. Du findest bestimmt unterwegs noch was zu essen. Aber wo essen? Ich war auch ganz im Hunger. Oh, die Zeit ist rumgegangen. Ich gucke auf die Uhr. Boah. Oh, oh, oh. Wo ist die Zeit geblieben? Das gibt's ja gar nicht. Gibt's ja absolut nicht. Ich höre Leute. Ich sehe aber noch keinen. Jetzt haben wir hier Aderholz mal wieder. Ah, Aderholz. Was ein Wunder. So, wir machen das jetzt mal eben schnell die Höhenmission. Alter, brüllen die hier alle rum, ey. Haha. Ich, ich, ich finde die Taktik einfach zu geil. Einfach auf den Vorderen das Haustier losschicken. Und, äh, den anderen selber nehmen. Den hinteren. Die gucken nämlich dann auf die Bestie. Die Bestie rennt plötzlich an denen vorbei. An dem ersten. Der guckt einfach weiter nach vorne. Und man stoppt sich dann selber den hinteren. So, wir haben eine neue Art entdeckt. Wir machen jetzt trotzdem die Höhenmission. Genau, hau mal bloß ab. Die Keule ist nämlich, äh, schwer zu kontrollieren. Alter, wie die, weil, wie der, wie der Wald hier aussieht, man. Äh, da, 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 da. Ach, Aderholz. Ich will kein Aderholz. Ich will absolut, absolut kein Aderholz mehr sehen. Ich kann das einfach mal sehen. Das ist viel zu viel von dem Zeug. Ah, schwarzer Stein. Perfekt. Schwarzer Stein. Das hätten sie auf der Karte mal anders machen müssen. Das hätten sie mal nicht gleich machen müssen, sondern einfach mal verschieben eventuell. Hat natürlich auch da seinen Reiz, wenn man da das Richtige findet, dass man sich dann auch freut. Ja, ich habe das Richtige gefunden. Ist korrekt, ist korrekt. Keine Frage. Ich meine, das Belohnungs... Äh, ne? Das Szenario, dass man, wenn man belohnt wird, dass dann alles gut ist. Ah, Nordseer. Nordseer sieht anders aus. Gewachsen mäßig. War so gut gemacht. Kurz die Base chillen. So, wir müssen weiter. Ich muss mal gucken, wie ich überhaupt hier hochkomme. Da ist ein Weg. Da müssen wir her. Alles klar. Dann können wir hier noch ein bisschen Nordseer sammeln. Wir mussten doch nicht eine Szenario machen. Auch wieder, wo wir da Nordseer brauchen. Da ist auch noch ein Nordseer. Schnell, 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 schnell. Ein Bär. So ist es richtig. Ich will mir gleich noch meinen Hüllenbären entfangen. Das wäre super. Wir haben ja den Dax heute schon gekriegt. Und wir müssen jetzt, glaube ich, die Bevölkerung ein bisschen größer haben. Und der Ereignis abgeschlossen. Oder sie waren einfach nur auf der Jagd, dass das Jäger schon von unserem Stamm sind. Das kann natürlich auch möglich sein. Das ist wieder Aderholz. Genau, es sieht anders aus. Ich will mir das da unten trotzdem jetzt mal anschauen. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Sehr schick. Gut, das haben wir gesehen. Dann machen wir uns wieder auf. Das war schön. Das nehmen wir uns mal jetzt schnell mit. Das ist wieder Aderholz. Genau. Man, doch so einer. Muss man ihn doch mal mitnehmen? Vielleicht kommt er nochmal wieder. Jetzt ist er irgendwo da oben. Perfekt. Mietzikertzien kommt zu uns. Sehr schön. Keine Ahnung. Hier. Schnapp es dir. Schnapp. Ich muss mir noch das hier ne. Schnappen. Gommen wir da her. Das ging fix. Der hat uns bestimmt vorher schon angegriffen. Weil es ist laut hier mit dem Wasserfall. Ach ja, aber komm. Ich stehe kurz. Ich stehe kurz. Kann man nicht. Doch, die kann man auch nehmen. Alles klar. Gut. Warte, bereits voll. Komm mal her. Merk mir. Komm mal her. Hier. Lass es dir gut schmecken. Die schnappen wir uns gleich noch mit. Gleich.